Du bist mir nicht dich. Jetzt aber nicht heulen, weil sonst wer läuft die ganze Schminke. Jetzt will man meine Lieblingsdossi, okay? Jetzt will man meine Lieblingsdossi, okay? Naja, zu weit. Hey! 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 Tossi! Hey! Wie warst du in New York? Hey! You two should kiss! Ist das neu? Ich habe ein Geschenk. Was? Was du von dem Portemonnaie hältst. Ähm. Hm? Was willst du trinken? Äh, achso. Kaffee, schwarz, bitte. Mach ich ehrlich. Für mich auch, bitte. Ich habe dich gehört. Mach Yoga, entspann dich. Du weißt ganz genau, es gibt nur eine Sache, die mich entspannt. Ich weiß, dass du das warst. Hey, du liebst das doch. Darauf stehst du doch, oder? Es sei denn. Du. There it is. Oh, verführerisches Angebot. Ich muss arbeiten. Why the fuck you lying? Why you always lying? Nein. Ich muss einfach nur nach Hause gehen. Oh, ja. Genau das wollte ich jetzt hören. Mhm. Ich wünsche euch beiden einen schönen Abend. I think we all know where this is going. Let's be honest. Anni. Du sollst dich ausruhen. Jasmin. Du könntest dich um die online Bestellung kümmern. Ja? Geil. What? Wer hätte das gedacht, dass wir zwei noch mal zusammen auf eine Hochzeit gehen, ha? Und dann ist es noch nicht mal unsere eigene. Das ist dramatisch. Du hast Geburtstag. 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 Und er geht aufs Haus. Danke schön. Fuck! Seriously? Seid ihr bereit? Vier. Drei. 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 Eins. Und... Drei. 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 Bis zum nächsten Mal.